Die Rentelücke, das ist ein Riesenthema, weil wir wissen alle, die umlagefinanzierte Rente ist nicht bezahlbar, hat man uns eingeredet. Deshalb haben Sie eine kapitalgedeckte Altersversorge, dass Sie die komplett verlieren können, das spüren Sie gerade im Augenblick. Alles, was Sie gespart haben, kann morgen kaputt sein, meine Damen und Herren. Alles kann kaputt gehen. Ihr Haus kann seinen Wert komplett verlieren. Ihr Haus ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, wenn Sie es verkaufen müssen. Und wenn Sie Pech haben, leben Sie an einem Ort, wo es keine Arbeit mehr gibt und dann will da keiner mehr hin und dann können Sie Ihr Haus aufessen, sonst nichts mehr. Weil Sie müssen ja flexibel sein und woanders hingehen. Und Ihr Haus können Sie zurücklassen. Das ist überhaupt nichts mehr wert. Das Einzige, was nicht kaputt gehen kann, ist die umlagefinanzierte Rente, die Sie uns kaputt geredet haben. Die kann nicht kaputt gehen, die hat alle Krächste des letzten Jahrhunderts überlebt. Man muss diese Rente nur endlich mal verstehen. Umlagefinanziert heißt eben nicht, Sie zahlen 30 Jahre in der Kasse ein und kriegen das dann verzinst wieder. Umlagefinanziert heißt, das, was diese Gesellschaft in diesem Jahr erwirtschaftet, das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir können immer nur das umlegen, was da ist. Das ist das einzig vernünftige Wirtschaften. Das kann mal ein Jahr weniger sein und mal ein Jahr mehr, aber es kann nie ganz weg sein. Auch nach der nächsten Krise wird noch was erwirtschaftet. So, und das verteilen wir auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch zu jung sind, um es zu erwirtschaften und auf die, die schon zu alt sind, um es zu erwirtschaften. Und in dem System, wenn Sie 80 Jahre werden, haben Sie 20 Jahre profitiert, haben Sie 40 Jahre drauf gezahlt, wieder 20 Jahre profitiert. Gerechter geht es gar nicht. Und es würde auch wunderbar funktionieren, wenn sich alle mit allem, was hier erwirtschaftet wird, daran beteiligen. Das System funktioniert auch deshalb nicht, weil in Deutschland haben die Ärzte eine eigene Altersversorgung, die Architekte haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Beamte haben gar keine Altersversorgung und die Politiker auch nicht. Alle, die ein bisschen mehr verdienen, haben sich das System schon mal komplett ausgeklickt. Und 27% der Deutschen zahlen überhaupt noch in diese Systeme ein. Und davon sollen fast 70% hier in der Rente bekommen. Das kann natürlich wirklich nicht funktionieren. Wenn aber das Brutto-Sitzial-Produkt gestiegen ist und der Anteil der Leute, die für Lohn arbeiten, immer kleiner wird, dann muss man eben alles, was hier erwirtschaftet wird, mit ranziehen. Und das geht auch. Natürlich geht das. Die Schweiz macht das doch auch. Na klar, die Schweiz macht das ja, weil sie nicht rechnen können. Die haben die Umlagefinanzierte Rente, weil die ein bisschen blöd sind. In der Schweiz zahlen sie von allem, was sie verdienen. Von Mieteinnahmen, von Zinsen, von Dividenden, von Spekulationsgewinnen und von Lohn. Von allem, was sie verdienen, zahlen sie in die Rentensysteme ein. Ein kleinerer Prozentsersatz hier, aber eben von allem. Und davon können sie jedem eine Basisrente garantieren, von der man existieren kann. Das ist natürlich in der Schweiz noch möglich, weil die Schweiz ein sozialistischer Musterstaat ist. Sie ahnen das schon. Wenn sie noch nie da waren, müssen sie wissen, die Schweiz ist gesichert mit Selbstschussanlagen. Die Reichen müssen ständig an der Grenze mit dem Lasso eingefangen werden, weil die das Land verlassen wollen. Bei uns wäre das System gar nicht durchführbar. Wenn der Westenwelle in dieselben Systeme einzahlen muss wie seine eigene Putzfrau, dann kriegt er so viel Pickel, da finden sie den überhaupt nicht mehr wieder. Noch schöner ist, wenn sie ihnen erzählen, dass die Rente, die wir hier haben, das Rentensystem sozial gerecht ist, weil jeder den selben Prozentsatz bezahlt. Die starken Schultern müssen mehr tragen, sagt die SPD ihnen ja immer. Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung machen zusammen 20% vom Bruttolohn aus. Glauben sie für alle? Glauben sie lieber weiter an den Osterhasen. Wenn sie 2000 Euro im Monat verdienen, zahlen sie 20%. 400 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn sie 4000 Euro verdienen, brutto, zahlen sie auch 20%. 800 Euro Sozialversicherungsabgaben. Wenn sie 8000 Euro im Monat verdienen, was glauben sie, was sie dann zahlen? Auch 20%? Das wären 1600 Euro? Nee, nicht ganz. Sie zahlen 889,93 Euro. Höher steigt das nicht mehr. Das ist doch verblüffend, oder? Was die starken Schultern da alles tragen müssen. Wenn sie 20.000 Euro im Monat verdienen, zahlen sie auch nur 889,93 Euro. Das steigt überhaupt nicht mehr höher. Da können sie verdienen, so viel sie wollen. Das ist die Beitragsvermessungsgrenze. Man kann das auch einen Schutzzaum für die Reichen nennen. Über 5500 Euro zahlen sie nicht mehr in die Rente, über 4800 Euro zahlen sie nicht mehr in die Krankenkasse ein. Wer 20.000 verdient, zahlt genauso viel wie jemand, der 5.000 verdient, in absoluten Zahlen. Nur der mit 5.000 zahlt 20% von seinem Lohn und der mit 20.000 zahlt nur 5% von seinem Lohn. Das ist die Gerechtigkeit unserer Systeme. Die starken Schultern müssen mehr tragen. Ja, Kaviar in der Tasche nach Hause, ist ja klar. Aber noch bekloppter ist die ganze Sache bei der Gesundheitsversorgung, meine Damen und Herren. Wenn Sie über 5.000 Euro im Monat verdienen, dauerhaft, können Sie sich privat versichern. Dann werden Sie belohnt. Sie verdienen 2-300 Euro im Monat mehr als Ihr Kumpel und dürfen sich zur Belohnung billiger versichern. Weil Sie ja mehr verdienen. Zum Ausgleich haben Sie eine bessere Versorgung. Weil Sie ja weniger bezahlen. Versuchen Sie mal irgendeinem Menschen, dessen IQ auch nur leicht über seiner Körpertemperatur liegt, zu erklären, was daran sozial gerecht sein soll. Aber Sie können in Deutschland das System tausendmal erklären. In Deutschland sagen, das geht ja alles nicht. Die Rentenkasse, die Lücke bei der Rentenversorgung. Und dann hat der Deutsche Angst vor dem Scheitern der Regierung. Dann machen Sie das wieder verrückt. Wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen sich zu lange hinziehen, dann kommt wieder das Gespenst von Unregierbarkeit. Und in Weimarer Verhältnissen, ach, seit der Deutsche um Himmels Willen, dann habe ich hinterher gar keine Regierung. Das ist noch schlimmer als eine Scheißregierung. Das will ich nicht. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führendes bleibt immer im Amt.